Ich versuche mal so kurz die Punkte durchzugehen, weil ein paar Dinge sind ja, also können wir in viele Richtungen gehen. Das Erste ist, mit dem das aktuell wesentlich mehr gearbeitet wird. Ich glaube, das ist also absolut richtig und ich glaube, da haben wir ja mit Remote Lead auch so ein bisschen das so als Ansatz genommen, dass wir uns gedacht haben oder dass wir uns natürlich noch immer denken, dass man das besser managen muss, weil durch dieses Home Office, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, da gibt es halt viele Grenzen, die dann auf einmal sich vermischen oder ganz verschwinden. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob in dem ersten Beitrag, den ich für die Remote Leader Seite geschrieben habe, ob es da auch darum geht, weil da habe ich ja quasi ganz viele von so den ersten, was waren das sechs oder acht Wochen von den Lockdowns in diversen Ländern eine Studie hergenommen und das mal so ein bisschen durchanalysiert, was sich denn tatsächlich verändert hat. Und das waren nur die ersten acht Wochen, muss man dazu sagen. Ich habe jetzt noch ein paar andere Beiträge so ein bisschen in den Entwürfen quasi, wo ich mehr und mehr solche Beiträge schon irgendwie gelesen habe, dass es die Statistiken zeigen, dass einfach die Leute, die Menschen arbeiten viel mehr, eben weil sich die Grenzen halt verschieben. Es gibt kein, ich muss den und den Zug oder den Bus erreichen, damit ich ins Büro komme, sondern, naja, ich stehe auf und dann kann ich ja schon aus dem Bett kommend eigentlich schon den Laptop aufdrehen und dann kann ich ja das Mailprogramm schon mal starten, fließende Grenze. Auf einmal hat man schon während dem Frühstück und dem Kinderanziehen hat man auf einmal schon seine Mails offen und so. Und am Abend ist ja genau das Gleiche, dass man natürlich sehr schwer den Computer wieder zumacht und weil er steht ja dann vielleicht sowieso im Wohnzimmer oder in der Küche und dann kann ich ja das noch offen lassen und dann checke ich noch, ob was passiert. Also massive Grenzenverschiebung, die natürlich dazu führt, dass man halt viel mehr arbeitet, ist jetzt quasi nicht so das Thema, glaube ich. Da können wir auf jeden Fall noch darauf zu sprechen kommen, beziehungsweise ist das ja auch bei Remote Leader so ein riesen zentraler Punkt für uns, wie wir sowas besser managen können von Führungskräften und natürlich Mitarbeitenden Seite auch, dieses ganze Arbeiten, zusammen kommunizieren und Teambuilding, solche Sachen. Das lasse ich jetzt mal weg. Die anderen Punkte finde ich insofern sehr spannend, weil das einfach in ganz vielen Fällen so eine Definitionssache ist, oder? Weil es ist irgendwie, ich habe jetzt nämlich gerade an das Beispiel gedacht, wie du gesagt hast, naja, wenn man eine Arbeit hat, die man gerne macht, dann ist es quasi kein Problem, dass man 70 Stunden Wochen irgendwo rausschmeißen kann. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, was, also im Gedankenexperiment angenommen, es ist eben ein Job, den ich unter Anführungsstrichen gerne mache, sind halt 70 Stunden die Woche, okay, ist so, lassen wir jetzt mal quasi so stehen. Aber ich habe trotzdem, wie du gesagt hast, zum Beispiel gehe ich mal spazieren, eine halbe Stunde oder eine Stunde jeden Tag, sagen wir es mal so. Und oder ich habe zum Beispiel eine Art von Journaling, von Tagebuchschreiben. Kann jetzt sein, nur in der Früh oder nur am Abend, aber angenommen, ich nehme mir 10 Minuten oder 15, wo ich einfach in der Früh einen Review vom letzten Tag und einfach so ein kleines für mich selber aufschreiben, was möchte ich jetzt machen. Die Form ist jetzt mal egal, sondern rein hypothetisch, es gibt einfach eine Tagebuchmethode, die ich pro Tag mache. Und ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, würde ich das jetzt schon als positiv bewerten im Gesamtkontext gesehen. Wenn mir das jetzt jemand so sagt, okay, ich habe eine Person, die sagt oder quasi Problem auf, wo es ist, arbeitet sehr viel, 70 Stunden, hat aber so eine Journaling-Methode drinnen, ist auch genug an der frischen Luft, hat quasi eine Balance. Ja, auch wenn man da jetzt natürlich auch schon wieder darüber streiten könnte, ist das tatsächlich Balance, wenn du 70 Stunden arbeitest. Aber ich habe da einfach voll die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob das tatsächlich alles sich auf so unterschiedlichen, teilweise Meta-Ebenen dann abspielt, wie du über etwas überhaupt sprichst. Weil was du dann als zweiten Punkt gesagt hast, ist, dass dann eben das Gegenargument kommt mit, ja, aber wenn du um 18 Uhr jedes Mal fertig machen möchtest, zeigt das doch, du willst das irgendwie gar nicht machen. Wo ich mir denke, wow, das ist irgendwie so eine komplett hintenrum gemachte Argumentation, weil ich denke mir eben genau das, was du dann gesagt hast, nämlich ich habe einen sehr guten Rahmen, weil ich weiß, ich mache um 18 Uhr, mache ich mein Shutdown-Journal, wo ich nochmal reflektiere, hey, das hat gut geklappt, das möchte ich morgen anders machen. Und ich kann quasi auch geistig mich von Slack und von Zoom und von meinen E-Mails mal quasi abschotten und treffe mich mit Freunden, lese, mache Sport, mache Musik. Wieso hat das auf einmal eine schlechte Konzentration? Also das ist eben so dieses Spannende von, deine Definition ist offensichtlich dann, für die Person, die quasi dagegen argumentiert, ist dann deine Argumentation, und ist dann das aller, aller, allererste in deiner Prioritätenliste ist Arbeit. Und selbst das hast du ja nicht einmal dann ausdefiniert, sondern du sagst einfach, du darfst nicht einfach so deinen unter Anführungsstrichen Arbeitsplatz verlassen um 18 Uhr. Das ist ja schon so eine fast verquerere Argumentation, weil du sagst, ja okay, aber wie definierst du dann Arbeit? Definierst du Arbeit mit, ich bin im Bürogebäude, 10 Stunden, weil das würde ich noch lange nicht als Arbeit bezeichnen, oder sagst du, ich zähle nur meine Deep Work Sessions zusammen, oder zählst du nur deine Produkte? Also das ist irgendwie super viele spannende Definitionssachen, wo du, also da musst du immer eigentlich, da kannst du nur nochmal nachfragen, was ist deine Definition von Arbeit? Was ist deine Definition von Harmonie? Was ist deine Definition von Balance? Was sind deine Prioritäten? Und nur um das quasi den Kreis ganz zu schließen, ich glaube auf die Dinge kommst du halt nur drauf, wenn du eben reflektierst und irgendwie Tagebuch schreibst sozusagen. Und vielleicht um quasi den Ball weiterzuspielen, ist ja genau diese Burnout-Sache ist ja super interessant, weil die Frage, die du gestellt hast mit, führt, also kommt man nur dann zu Burnout, wenn man eine Arbeit macht, die man nicht gern macht, oder kann man auch bei quasi, in Anführungsstrichen, normaler Arbeit, die man gern macht, auch zu Burnout kommen? Das finde ich eine super spannende Frage, da müsste ich nochmal nachdenken. Weil ich habe ja vor, weil es ja öfter gekommen ist, das Thema in ganz unterschiedlichen Bereichen, Ich habe mal ganz grob das Burnout-Syndrom irgendwie jetzt nur schnell auf Wikipedia mal nachgelesen, wie ist es überhaupt definiert? Ist es quasi ein Krankheitsbild? Und da sind so viele Punkte in der offiziellen Definition drin gestanden, wo ich mir gedacht habe, also das ist ja, das hat doch jeder Mensch in regelmäßigen Abständen in unabhängig, welche Arbeit du machst. Weil, glaube ich, die eine Definition war, du bist nicht motiviert und verspürst keine Energie für die Arbeit. Also, das finde ich eine extrem schwierige Definition, weil das hat jeder mal. Das kann ja nur mal der Wintereinbruch sein, wo es dann auf einmal grau und dunkel wird und um 15.30 Uhr gehen alle Licht an, weil man nichts mehr sieht außen. Da bin ich ja schon mal quasi weniger motiviert. Also, ich müsste nochmal nachlesen, wie die das dann genau versuchen. Ich glaube, das kommt aber da in einer sehr späten Phase, wo sozusagen zuerst große Einsatzwille und sonst irgendwas da ist und dann auf einmal kommt diese Lehre. Ich glaube, das ist eine sehr späte Phase. Absolut, aber trotzdem ist quasi das sehr spannend, nur zu überlegen, das ist bei denen in dem Krankheitsbild oder in der Definition drin. Und das passt ja zu meinem großen Punkt, den ich versuche zu machen, ist, dass man, du musst definieren, wie du das für dich verstehst, weil sonst kannst du nicht, sonst könnten die Menschen mit dir nicht darüber diskutieren, wieso es gut oder schlecht ist, dass du um 18 Uhr deinen Shutdown machst. Weil einfach, da ist die eigene Definition dann nicht klar, offensichtlich. Oder vielleicht ist sie klar und deren Definition ist, wie gesagt, dann muss man aber das nochmal formulieren. Und nochmal quasi, jetzt übergebe ich wirklich gleich an dich, nämlich, da hilft ja quasi dieses Reflektieren und das Tagebuch schreiben. Weil dann kommst du deinen eigenen Verständnissen viel näher. Weil wenn dich dann jemand fragt mit, ja, aber was ist für dich dann Arbeiten, hast du vielleicht schon einen, einen, sag ich mal, Korpus an Gedanken sozusagen, den du mal aufgeschrieben hast in deinem Tagebuch, wo du dann zurückgehen kannst und sagen, ja, für mich bedeutet, das ist mir wichtig im Leben, so fühle ich mich effektiv, das würde ich gern verändern, die Sachen sind mir nicht so gut gelungen. Dann hast du ja schon ein Gefühl dafür, was du im gesamten Leben möchtest sozusagen. Jetzt bin ich mal fertig mit meinem Monolog.